Den darf ich natürlich nicht umlegen, sondern muss ich betäuben, gell? Und empführen. Den brauchen wir noch. Der Panzerkampfwagen 5. Ausführung A. Der legendäre Panther. Oh, warte mal. Donnertipp. Soldat, weiter machen. Soldat, weiter machen. Sturmbahnführer auflauern. Beide auf. Er kennt mich immer, gell? Ich dürfe dir jetzt ziemlich sicher sein, oder? Die Uniform. Scheiße, wo ist er? Er ist nervös geworden, oder? Wo ist er? Wo ist er? Er müsste gleich kommen. Ja. Dietrich Melzer, höchpersönlich. Kamerat. 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 Allreden müssten warten. Kamerat. 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 Ein Ohrwurm. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Ja. Was ist da? Wir fühlen in Harten und Höhen. Das ist so. Die können wir nicht mehr. Die sind so. Wir sind so. Sie sind so. Sie sind so. Und alle weisen. Freunde, in Ruhe, gell? Und wir sind auch weggelegen. Wir müssen mit Geduld spielen. Wir fühlen in Harten und Höhen. Wir sind so. Die sind so. Wir sind so. Die sind so. Die sind so. Die sind so. Die sind so. Der Zündmittelkasten. Ich habe mich da überrührenden Lautsprecher. Der Musik-Terror. Scheiße, dummes Grot. Da ist überall in der drinnen. Du geh nicht schauen, weiter geh. Auch passend, dass der Feindig einschleicht. Kann passieren. So, jetzt stehe ich Dome. Scheiße, Mann. Wer hat da drinnen aus? Aha. Der Summensoldat. Kontrollier mal die Sekte da hinten. Verdächtig. Härtige, typisch. Maschiert er wieder raus. Da sind wir. Schau mich noch. Da pfeift der Vogel da hinten. Der Bischof. Schau mich noch. Kamerad. Einmal zu. Wenn du was pfeift. Geht das schon? oder? Was ist los? Geht an den Kindeschi? Der ist schuld. Schleitet umsick? Oder gelernt Ich denke in die Grundausbildung. Und jetzt? Möchte ich mich bespringen? Aber Bruder, da passiert. Geht auf mich hingefallen. Jetzt kommt der Melzer. Ich trifft dich ganz gut. Herr Dietrich Melzer. Hättet ihr den verraten sollen? Wo geht er hin? Freunde, da kommt er. Gut, ich frage wie er läuft. Scheiße. Scheiße. Dann wollen wir ein bisschen langsam runter. Jetzt weiß ich wie er läuft. Geht da. Hättet ihr schneller, wenn du bitten darf. Herr Prügel auf die Kettenfahrzeuge. Warte, ich will nur mich speichern. Und dann ist er fällig. Kamerad Sturmbahnführer. Hab ich schon hört? Geht da? So, jetzt hab ich den gegen vorne neutralisiert. Aber. Das große aber. Jetzt muss ich ihn noch entfernen, gell? Geht auf, da ist er weg. Geht auf. Geht auf. Geht auf. Geht auf. Geht auf. Geht auf. Das kommt mir nicht so gut an. Kamerad Bei dem Lied, gell, da schwingt das Tanzbein Da kannst du gar nicht anders Wer pumpt da? So mein Kumpel Gibt da was bei dir? Kriege ich einen? Schon, oder? Geht schon Kriege ich nicht schon Was ist denn da los? Nichts einsatzbereit Wenn die Russen kommen, dann geht nichts Mal da in die Ja, Kamerad, da marschieren sie Warte, auf die Kisten geht Stört das einen, wenn die halt so wie die hier rumfahren, oder? Ich dachte noch pinkelig, ich dachte noch pinkelig werden Komm, ich soll den Wind gehen, gib dich hoch Ja, ich werde nie rumfahren, ich kann die Ich weiß nicht, ich kann das mit dir Ich weiß nicht, ich kann das kleine Drei rumfeln, ich kann das mit dir Ich kann das nicht wirklich rumfeln, ich kann das mit dir Ich kann das mit dir Das wird jetzt gerade die Frage, wie kann ich denn? Der muss dich nicht rausgetragen. Halt mal. Halt mal. Lacht nur dazu. Moment, Kontrolle. Ja, ich sag mal. Gepackt wie ein Profi, oder? Blätter könnte ich gar nicht hinstellen. Gepackt, oder? Kommt gerade das große Aber. Ich muss den da hinschleppen gehen. Wenn man allerdings er da sieht. So, wir tun das. Wenn man er sieht, dann dreht er durch. Weiter auf, Papa Spielwasser abgestürzt. Das Obersoldat. Ich muss den da wachschieben. Hat nicht der Auftrag. Wir bleiben vom Tod. Wir bleiben vom Tod. Wir lassen die Erden zu retten. und marschieren die auch hin. Marschiert die wieder zurück, oder? Geht außen rund um. Ich probiere es mal Etwas Risiko Gehört dazu, wenn du den Job ausschießt Wobei Aufrunde Aufrunden, nicht aufrunden Verpacken wir im Profi Wurden wir hauen ab Ab mit der Freiheit Das ist um Volle Im Foto Ich gehe zu vorher Nein Ich gehe zu blau Ein normaler Man muss das Problem Aber In Foto Hör doch, wir sollen uns aber kurz aber glüten, oder? Gehre weniger. Der Rang eines Profis, geht jo. Gehre weniger. 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 Gehre weniger.